So Leute, im heutigen Video wird es mal wieder richtig spannend, denn falls ihr euch fragen solltet, wie lange wir jetzt noch weiter seitwärts laufen können, bevor wir wieder etwas grün sehen werden, dann ist das hier genau das richtige Video für euch. Wir werden heute also eine echte und ehrliche Diskussion darüber haben, wie viel länger Bitcoin auch seitwärts laufen kann. Wir unterhalten uns über Ethereum, die traditionellen Märkte, wir sprechen über meinen Trade und außerdem noch über eine Sache, die zugegeben, vielleicht einfach nur ein verrückter Zufall ist, aber vielleicht auch nicht. Und vielleicht zeigt uns Elon Musk hier wirklich die exakten Level, an denen wir kaufen und an denen wir verkaufen sollten. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem Leute, vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren. So, dann würde ich sagen, lasst uns jetzt auch direkt mal loslegen. Und was wir hier auf dem 4-Stunden-Chat sehen können, ist, dass ich eine orangene Linie hinzugefügt habe, die tatsächlich ziemlich signifikant ist. Hier, schaut mal, wir haben versucht, mehrere Male da durchzubrechen und gestern haben wir tatsächlich einen massiven Anstieg für Bitcoin gesehen. Was ich jetzt glaube, also falls ihr meine letzten Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich euch gesagt habe, dass die traditionellen Märkte ja ziemlich gut nach oben gestiegen sind. Und heute, als sie geöffnet haben, also heute ist Memorial Day in den USA, das bedeutet, die eigentlichen Aktienmärkte sind geschlossen, aber die Futures-Märkte scheinen geöffnet zu sein. Und was man jetzt hier auf jeden Fall sehen kann, ist, dass wir wieder einmal grün auf den Futures-Märkten geöffnet haben, was natürlich wieder mehr Vertrauen in den Markt gebracht hat. Das ist das, was ich euch im gestrigen Video gesagt habe. Sollten wir weiterhin sehen, dass die traditionellen Märkte nach oben gehen, dann ist es lediglich eine Frage der Zeit, bis auch Bitcoin wieder aufholen wird. Und genau das ist jetzt das, was wir auch gesehen haben. Wir haben also nicht nur gesehen, dass die massive Unterstützung am Rand meiner orangenen Box ziemlich gut oben gehalten hat, sondern was wir auch sehen können, ist, dass Bitcoin gerade dabei ist, den ganz allgemeinen Aufwärtstrend an den Märkten wieder aufzuholen. Wir sehen also einen kleinen Bounce. Wir haben viele dieser Heiß bereits rausgenommen. Wir haben dieses rausgenommen, dann dieses. Wir haben also nicht mehr wirklich den Trend, dass wir lauer Heiß machen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass wir zunächst einmal noch dieses Level durchbrechen, was auch auf jeden Fall ein richtig großer Widerstand für ist. Und sollten wir das schaffen, dann schaffen wir es vielleicht auch, einen Sprung in Richtung des 33.000-Dollar-Levels zu machen. Das Wichtigste zuerst, Leute, wir müssen dieses Level durchbrechen. Und genau das ist jetzt auch das, was ich mir auf dem 4-Stunden-Chart anschaue. Wir behalten das also im Auge. Und auf dem Weekly-Chart kann man auch sehen, dass wir mittlerweile die neunte rote Kerze in Folge geschlossen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rote Kerzen. Diese eine Kerze, die hat gestern geschlossen. Jetzt müssen wir natürlich erst einmal abwarten, ob die momentane Kerze auch grün bleiben kann. Falls überhaupt, würde ich sagen, dass es momentan zumindest mal wahrscheinlich ist, dass wir eine Relief-Rallye haben werden. Die Frage wird dann einfach sein, reicht das schon aus, um das Momentum zu einem doch eher bullischen Momentum zu verschieben. Und so ganz nebenbei, schaut euch das mal an. Nachdem wir von dieser abwärts geneigten runden Linie nach unten durchgebrochen sind, genauso wie wir ja auch ganz oft auf diesem Kanal gesagt haben, Sobald wir nach unten durchgebrochen sind, da haben wir einen wirklich signifikanten Drop nach unten gesehen. Von diesem Level aus waren das tatsächlich 37 Prozent. Also ja, auf jeden Fall war das eine ziemlich, ziemlich wichtige Sache, auf die man Aufmerksamkeit legen sollte. Das Ganze ist natürlich bereits ausgespielt. Sollten wir allerdings wieder nach oben gehen und 38.000 erreichen, dann wird natürlich dieser abwärtsgerichtete Widerstand, also die frühere Unterstützung wird auf dem Weg nach oben dann ein Widerstand für uns sein. So, und jetzt genug davon, lasst uns einmal zu der Ethereum-zu-Bitcoin-Chart wechseln. Und was man hier sehen kann, ist, dass, ja, die Unterstützung hält tatsächlich momentan noch stand. Sollten wir allerdings von diesem Level nach unten durchbrechen, erwarte ich, dass Ethereum im Vergleich zu Bitcoin unterdurchschnittlich abschneiden wird. Auch das eine Sache, die wir beobachten werden. Und jetzt lasst uns mal zum Allerallerwichtigsten kommen. Wie viel länger kann Bitcoin jetzt realistischerweise überhaupt noch seitwärts laufen und auch ein bisschen weiter nach unten trennen? Naja, wenn man sich jetzt mal das hier anschaut und ein bisschen wiederholt sich hier die Geschichte schon ein wenig. Von dem lokalen Top oder dem lokalen High, da sind wir tatsächlich um 49% nach unten gefallen. Das war im Mai 2021, also wirklich genau ein Jahr her. Und was ist jetzt im Mai dieses Jahres geschehen? Wir hatten ein lokales High. Von diesem Punkt aus sind wir 47% nach unten gegangen. Auch dieser Rückgang, der fand jetzt tatsächlich nicht im Mai, sondern im April statt. Der eine war im Mai, der andere im April. Nichtsdestotrotz ziemlich nah eigentlich an der Stelle, an dem wir eben diesen Rückgang zuvor gesehen haben. Und was haben wir dann gesehen? Naja, wir haben gesehen, dass der RSI hier nach unten gegangen ist. Wir waren ziemlich überverkauft. Eine Menge Panik war am Markt. Das war das lokale High. Und danach sind wir seitwärts gegangen. Wirklich eine mega lange Zeit. Dann hatten wir einen bullischen Flip bei MACD. Wie man an dieser Stelle sehen kann, das war so ungefähr in der Mitte der ganzen Konsolidierung. Und das, was wir jetzt gerade sehen können, ist, dass auch hier haben wir einen ziemlich großen Drop beim RSI. Wir haben ein massives, bärisches Sentiment am Markt. Und auch hier haben wir jetzt ein bullisches Cross auf dem MACD gehabt. Wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, kann man sehen, dass diese ganze Konsolidierung innerhalb von 62 Tagen stattgefunden hat. Jetzt, gerade sind wir ungefähr durch die Hälfte durch, sollte diese Konsolidierung ungefähr so lang sein wie die vorige Konsolidierung. Das Ding ist jetzt, also ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt noch ein bisschen länger seitwärts laufen werden. Ich glaube, wir laufen noch ein bisschen seitwärts. Und dann, vielleicht in ein paar Monaten, glaube ich, dass die, ja, dass es wieder richtig aufwärts gehen wird. Klar, Leute, das ist reine Spekulation, aber dieser Chart hier, der steht zumindest ziemlich im Einklang mit dem, wie ich das Ganze momentan einschätze. Das Ganze schließt jetzt allerdings keinen weiteren Rückgang aus, denn auch bei der vorigen Konsolidierung hatten wir einen Drop, dann seitwärts und dann einen weiteren Drop. Wie gesagt, ich schließe also nicht aus, dass wir noch einmal vielleicht auf 25.000, 26.000 oder vielleicht sogar noch tiefer fallen werden. Aber das ist dann wirklich der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, okay, das war's und wir werden wieder anfangen, mit Bitcoin nach oben zu gehen. Und an diesem Zeitpunkt werden wir natürlich auch wieder erwähnen, in Altcoins einzusteigen und ja, einfach schauen, wohin uns der Markt von dort aus führen wird. Glaubt ihr, dass das hier tatsächlich der Fall sein könnte, dass wir eine weitere 62-Täge Konsolidierung sehen, genauso wie wir auch zuvor gesehen haben? Die Dinge scheinen sich zumindest dafür ziemlich gut zu entwickeln, also zumindest so ganz allgemein, da befinden wir uns immer noch in dieser Kaufzone. Wie man jetzt hier sehen kann, wir befinden uns immer noch in der grünen Kaufzone. Wir haben den 200er gleitenden Wochendurchschnitt, also diese orangene Linie. Und normalerweise ist das jetzt ein Level, was wir während eines Bärenmärktes, wenn wir nach unten gehen, immer wieder erreichen. Wir haben das Ganze im vorigen Bärenmarkt an dieser Stelle hier getroffen und auch im Bärenmarkt davor haben wir das getroffen, also an dieser Stelle. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass das dann auch der ultimative Boden gewesen ist und von diesem Zeitpunkt an sind wir dann auch wieder nach oben gegangen. So, und jetzt lasst uns noch einmal hierüber sprechen. Das Ganze wurde von Jonny Boo gepostet und Elon Musk hat dieses Bild hier am 13. November 2021 auf Twitter veröffentlicht. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, das sieht aus wie so eine Art menschliche Gestalt, die sich wahrscheinlich auf dem Mars befindet und auf jeden Fall im Grunde genommen in den Weltraum schaut. Das war jetzt tatsächlich genau an dieser Stelle am Top. Also am Top hat er das Ganze gepostet und jetzt ratet mal, was er bei 29.000 Dollar gepostet hat. Naja, im Grunde genommen fast das Gleiche, aber anstatt in den Weltraum zu schauen, schaut diese menschliche Gestalt zu uns. Das könnte natürlich einfach nur ein komischer Zufall sein, dass wir direkt danach gepumpt sind. Vielleicht hat es ja doch einen Einfluss auf den Markt, vielleicht ist es etwas, was wir nicht wissen, aber trotzdem, ich fand es einfach eine ziemlich lustige bzw. interessante Sache, dass man das Ganze mal im Auge behalten sollte. Weil, hey, ich meine, bei Elon Musk weiß man ja im Grunde genommen nie wirklich, deshalb, wir behalten das Ganze einfach mal ein bisschen im Auge und schauen, wo uns dieser Pump hier führen wird. Momentan versuchen wir natürlich zunächst mal diesen Widerstand hier zu durchbrechen. Okay, und jetzt lasst uns nochmal schnell über meinen Trade sprechen. Mein Trade ist immer noch in einem Verlust, aber die Funding Rates sind immer noch negativ. Ich habe also kein Problem damit, diese Position jetzt noch eine ganze Weile zu halten, weil momentan werde ich tatsächlich sogar dafür bezahlt, dass ich diese Position halte. Einfach, weil die Funding Rates so ganz allgemein negativ sind. Und deshalb, also das ist auf jeden Fall schon mal gut und meiner Meinung nach, wie gesagt, glaube ich auch, dass das mit der Zeit eine profitable Position sein wird. Ich habe kein Problem damit, wie weiter wir nach unten gehen, meine Position zu erhöhen. So sieht meine Strategie aus und mal schauen, ob diese Strategie aufgehen wird. Außerdem, falls ihr auch traden möchtet, dann könnt ihr jetzt bis zu 4.500 Dollar auf Hemex bekommen. Und das Coole an der ganzen Sache ist, die könnt ihr kriegen, egal ob ihr schon angemeldet seid oder noch nicht. Und im Grunde genommen war es das auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, falls ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen und wir sehen uns dann im nächsten Video.